Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Altcoin-Hasen und liebe Crypto-Family. So, es wird wieder Zeit, unsere Altcoins durchzurechnen und mal zu prüfen, wo die aktuell bei den Charts stehen. Wenn du aber, by the way, gerne einen anderen Coin mal haben möchtest, dann schreib es bitte unten in die Kommentare. Schreib aber auch, wieso du den gerne haben möchtest. Dann werde ich ein Special-Video machen, gerne so wie ich es bei Avalanche gestern Abend gemacht habe. Also einfach mal reinschreiben. Mit etwas Glück werde ich deinen Coin natürlich gerne analysieren. Und, sollte dir dieses Video natürlich gefallen, lass gerne mal einen Daumen da. Das hilft nicht nur mir, hilft auch ganz vielen Leuten da draussen, mein Video eher zu entdecken. So, jetzt würde ich sagen, wir starten und wir legen keine Zeit. Ja, liebe Freunde, ich sage euch, TradingView bringt mich noch um den Verstand. Die machen wieder, was sie wollen. Wir sind hier aktuell bei Crowd, ja, und wir setzen hier meine Fibonacci an. Und wenn ich die Fibonacci anziehe, habe ich wieder meine Regenbogenfarbe, obwohl ich alles angepasst habe. Das hat jetzt wochenlang gut funktioniert. Jetzt ist es halt wieder alles. Es ist TradingView. Die haben es irgendwie nicht im Griff. Aber anyway, lassen wir uns davon nicht beirren. Ja, Crowd, ihr wisst, crowdswap.com unbedingt mal reinschauen. Und jetzt für mich die absolute Revolution auf dem Defi-Markt. Und die haben erst begonnen. Da kommt noch sehr viel mehr. Also, wer gerne mal investieren will, sollte es tun. Und hier aktuell genau der Punkt, ja. Wir bilden ein schwammiges, kein sauberes. Es tut mir leid, es fehlt ein bisschen Fleisch am Knochen. Aber es sieht eher nach einem bärischen Pattern aus, als nach einem bullischen. Mit gewissen Targets. Dafür haben wir jetzt die Fibonacci geholt. Gibt es also Möglichkeiten, lassen wir uns das vielleicht sogar mit der Flag einzeichnen. Dann hätten wir da vielleicht ein bisschen interessantere Levels. Ja, also wir haben hier Möglichkeiten, wie wir runterkommen könnten. Und diese Niveaus wäre für die Hodler sehr interessant. Trading könnt ihr den in dem Sinne noch nicht. Aber eben Einkaufspreise. Aber bis zu 0,08 Dollar wäre es machbar, dass ihr runterfallen könnt. Kauft so viele könnt. Und hat das in Stacking, da habt ihr immer noch 40%. Also, es soll keine Kaufempfehlung sein. Ihr wisst Bescheid. Ich sage es nur, wie ich es eben für mich tun würde. Also, aus diesem Grund. Dieses Projekt lohnt sich definitiv für die Zukunft. So, wo stehen wir bei Crow Crow? Haben wir aktuell so eine Art, ja, ich sage es mal, Ascending Triangle-Linie, was wir hier haben. Ja, wir haben hier schon ein bisschen immer wieder Widerstand gespürt. Auch hier sehen wir Widerstand. Auch hier hat er wieder angedockt. Und da hatten wir ihn ebenfalls noch mal bilden. Dann gleichzeitig immer höhere Tiefs. Ja, wir haben zuerst hier höhere Tiefs gebildet. Hier haben wir höhere Tiefs gebildet. Und wenn wir die aktuelle Szenarien miteinander hier verbinden, dann sehen wir einen Trend, der nach oben kommt. Der jetzt wie eine Presswurst hier in die Nähe der Ausbruchsvalidierung kommt. Ja, wir sind nämlich auch schon da, wo man langsam und sicher sagen muss, man muss ausbrechen. Ansonsten, was passiert? Wir werden sonst einfach hier seitwärts gehen und nichts weiteres wird passieren. Im Gegenteil, wir werden dann eher die Gefahr laufen, wieder runterzufallen. Sollten wir aber nach oben ausbrechen, dann hätte es die Möglichkeit, weit drüber zu kommen, bei ungefähr 23 Dollar Cent. Also das wäre machbar. Wenn man jetzt das ebenfalls mit der Fibonacci ein bisschen dazuholt und wir rechnen, okay, das wäre unser mögliches Zieltarget, dann hätten wir dementsprechend auch schon unsere Widerstände. Das nur 3,2, was uns natürlich sagt, hier, würdest du das Zieltarget erreichen, plus natürlich oder respektive den Ausbruch aus dem Pattern machen und das wäre dann so ungefähr die Niveaus, wo ich sagen würde, hier macht es Sinn, im Trade immer wieder Profite nehmen zu können, um dann dementsprechend wieder neu einzusteigen oder den Trade fürs Compounding zu erweitern. Das wäre natürlich ebenfalls die Möglichkeit. Was sagt uns WeChain? WeChain haben wir auch hier, wir haben diese Konsolidierung, haben wir noch gestern, nee, am Freitag haben wir das eingezeichnet gehabt. Ja, wir haben hier höhere Tiefs gebildet, hier ist er aber schon wieder gebrochen, sehen wir gerade, was bedeutet das jetzt aktuell. Ich würde mich jetzt aktuell auf das hier konzentrieren, wo wir hier gesehen haben. Wir haben einen sehr schönen Boden gesehen, ausgeholt von hier. Das ist jetzt ein kurzer Trend darunter, ob wir uns hier jetzt noch mal retesten oder einfach hier als Fake-Out geoutet wird. Wir kommen rüber, werden wir sehen aktuell. Sagt uns die MIS-ID eher, dass die bärische Stärke zunimmt. Wir sehen hier, bärische Stärke nimmt zu, also ist es eher wahrscheinlich, dass wir nach unten und nicht nach oben kommen. Die Linie hingegen sollten wir beibehalten, weil es dann für uns ein Deckel nach oben sein wird. Also was mal ein Support war, wird auch ein Widerstand. Das lernen die bei uns jederzeit im Coaching, also gerne mal vorbeikommen. Ja, also jedenfalls sehen wir hier das Attachment hier oben drauf. Das müssen wir also gut im Auge behalten. Könnte also jetzt sein, dass wir hier definitiv noch einmal ein bisschen runterfallen könnten. Ja, und wenn wir das mit XRP anschauen, XRP hatten wir das symmetrische Dreieck, wo ich gesagt habe, ist nicht ganz symmetrisch. Ja, auf dem Schieren, muss man jetzt auch hier sagen, hat nicht funktioniert. Ja, das könnte man jetzt wirklich Invalide nennen. Also nehmen wir das natürlich raus. Wir haben hier unten immer noch unseren doppelten Boden bei 33 Dollar Cent. Den haben wir immer noch bereit für den Lucky Punch übrigens. Ja, sollte man hier unbedingt den Lucky Punch positionieren. Ja, also die Ziele nehmen wir definitiv weg. Was wir jetzt aktuell machen werden, wir werden nur mit der Fibonacci gerade arbeiten. Jetzt ziehen wir uns auf das nächste Higher High hoch. Das war im kurzfristigen Sinn. Wir sehen, dass wir aktuell in der Konsolidierungsphase sind. Weiterhin und beim 0,5er hier immer wieder zurückgeworfen werden. Also die Bären schaffen es aktuell nicht über das 0,5er Fibonacci hinaus. Um diesen Trend hier weiterzuführen, um nach unten zu kommen. Sollten sie es aber schaffen, dann geht das schon eher schnell. Und ich habe es immer wieder gesagt, wenn die J-Ribbon sich zusammenzieht, dann kann es natürlich sein, dass wir irgendwie nach unten ausbrechen. By the way, wenn du natürlich Bock hast auf diese Indikatoren, respektive kurz-langfristige MISD, das heisst die beiden hier unten plus die RSI und eben die J-Ribbon, dann kannst du gerne bei uns im Academy Club mit dabei sein. Dann kriegst du diese Indikatoren for free dazu. Okay, gut. Das mal zu XRP. Wir müssen also hier gut das Level in 8 halten. Ich sage es noch einmal, wäre auch interessant, eine kleine Staffelung zu machen, ähnlich wie eine Fächertechnik. Nicht ganz so extrem, aber mit dem 0618er wäre das eine interessante Möglichkeit, um gegebenenfalls wieder einen lockeren, kleinen, sicheren, mit gutem Risk Management abgesicherten Long zu starten. Das lassen wir so stehen. Auch die poste ich nachher natürlich dann gerne wieder rüber in die Chart-Analyse vom Telegram. So, dann haben wir hier unseren Gardano. Bei Gardano hatten wir ein ähnliches Szenario. Da haben wir den Ausbruch nach unten erwartet. Der ist eigentlich hier abgeholt worden. Wir haben trotzdem auch hier die gleiche Linie eingezeichnet gehabt. Ähnlich zumindest. Also auch hier, das wird wahrscheinlich wieder unser digitaler Widerstand werden, wenn das hier wieder ein bisschen nach oben kommt. Was wir machen werden, wir werden hier die Fibonacci, ihr zeigt zum Beispiel meine Fibonacci, so wie ich sie immer gerne hätte, nämlich farblos. Danke, TradingView, dass du das mir wieder ermöglichst, dass ich wieder Farbe sehen kann, obwohl ich das nicht gerne hätte, aber egal. Gut, dann auch hier sehen wir am 05er aktuell ebenfalls. Und die Leute, man kann sagen, was man will, aber wir sehen hier einfach diese Konsolidierung. Und diese Konsolidierung ist eins zu eins zu dem, was wir bei Bitcoin sind. Natürlich leichte Abweichungen, aber es ist eine Konsolidierung. Die Konsolidierung spitzt sich auch zu, aber meiner Meinung nach eher nach unten als nach oben. Auch hier sehen wir, dass die bärische Stärke hier wieder zurückkommt. Hier haben wir gerade jetzt einen Cross erlebt. Also da sehen wir schon die Möglichkeit, dass wir jetzt dieses 05er-Level hier definitiv durchbrechen werden. Also hier sollten wir eigentlich das 05er jetzt durchbrechen, nach unten kommen und dann neue Tiefs sehen. Aktuell wäre es natürlich dann schön, wenn wir hier runterkommen, wir hätten den doppelten Boden bei 40 Dollar Cent. Also auch hier wäre es natürlich bei Gardano ein interessanter Einkaufsmöglichkeit für die Hodler. Würde ich vielleicht sogar staffeln, dass man sagt, okay, auch den ziehe ich noch auf 0618. Der wäre auch interessant, aber dann seid mir auf jeden Fall auf den Hut, dass ihr dann nicht zu viel aufs Mal ausgibt, sondern wenn dann eher gestaffelt. Aber das wären sehr interessante Einkaufsniveaus für Gardano. Denkt daran, der war mal bei 3,50 Dollar, wird auch wieder da hochkommen. Also aktuell wirklich ein sehr interessanter Ort, um einzukaufen. Wie sieht es aus mit Solana? Da hatten wir dieses Rising Wedge. Ausbruch kann man sagen, ja, ist valid, hat geklappt. Können wir wegnehmen? Brauchen wir nicht mehr? Jetzt hier, ähnliches Szenario, ja, auch hier müssen wir die grosse Vibonacci wegnehmen. Wir starten hier unten, gehen aufs Higher High hoch, sehen, wo wir sind. Ja, immer noch unterhalb des 05er, also noch nicht über das 05er raus. Hier könnte man, naja, passt mir ehrlich gesagt nicht wirklich. So, das nehmen wir gerne dazu. Das brauchen wir nicht mehr, die ist Vergangenheit. So, und wenn man das jetzt ohne die Liquidation Candle nimmt, dann könnte man sagen, wir sind immer noch in einem sehr angenehmen symmetrischen Bereich. Die Liquidation Candle hier von Terraluna lasse ich bewusst weg, ja, weil das mich stört in der Analyse. Aber für die Fibonacci notwendig, deshalb muss ich es einzeichnen, sonst habe ich die falschen Levels, die sind extrem wichtig. Ja, und hier hätten wir natürlich die Ausbrüche, die wären sehr interessant. Sehe ich gerade, obwohl, Leute, muss ganz ehrlich sein, wir sind schon am Ende des symmetrischen Dreiecks, sonst wird es invalide. Also der Ausbruch müsste mit der nächsten vier Stunden Kerze passieren. Wenn das nicht wäre, wäre es schon wieder invalide und es würde weiter seitwärts gehen. Bin ich völlig davon überzeugt. Also man hätte bei Solana Möglichkeiten auf einen Ausbruch nach oben mit eher einer geringeren Wahrscheinlichkeit auf 66 Dollar oder runter auf die 37. Auch hier gibt es dann wieder für die Hodler interessante Einstiege. Würde ich auf jeden Fall buchen. Ich würde sogar hier sagen, dass dann der doppelte Boden erreicht wird bei 35 Dollar. Kann man also gerne so mitnehmen. So etwas würde ich ungefähr machen für die Hodler. Wäre auf jeden Fall interessant. Ja, und zu guter Letzt kommt unser lieber Ethereum. Da haben wir den Ausbruch gesehen aus dem Falling. Dies gibt jetzt Anschein, äh, aus dem Rising, Entschuldigung, gibt wahrscheinlich jetzt nochmal einen kurzen Retest. Mal schauen, was uns die MICD diesbezüglich verraten tut. Ja, wir haben noch keinen Cross gesehen, also wird der Fall eher nochmal nach unten kommen. Das ist also möglich, dass wir hier bei diesem Fibonacci-Level abprallen. Aber auch hier müssen wir das Fibonacci anpassen auf die aktuelle Lage. Somit wäre das 0,5er hier bei 1926 Dollar. Somit wäre es interessant für uns, ja, die Einstiege hier für das Hodler-Portfolio habe ich gestern Abend noch mitgeteilt. Das würde ich so stehen lassen. Aktuell würde ich das so stehen lassen. Ich rechne damit, dass wir hier ebenfalls nochmal auf die 1700 runterkommen. Da bin ich übrigens auch mit dem Lucky Punch. Hat gut funktioniert bei mir für den Long-Einstieg. Kann ich jedem nur empfehlen. Schaut euch immer wieder die Szenarien an. Wenn ihr was findet, dann haut eine kleine Summe Lucky Punch rein. Ja, keine Empfehlung. So tue ich es. Und mal schauen, was dann passiert. So, das war es von meiner Seite. Mir gibt es aktuell nichts zu sagen. Bisschen langweilig, ja. Bisschen Zeit wird es orientiert. Aber ich sage euch, es braucht noch vielleicht fünf Tage. Und dann wird der grosse Move da sein. Das werden wir auf jeden Fall sehen. So, ich sage Tschüss aus der Schweiz. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.